Klingt... Ach du Schande! Gefährlich! Ein vierköpfiges Ungeheuer! Huuuuh! Alter! WTF! Ah, das... Achso! Ihr seid das! Diese mächtigen Zauber! Okay! Das macht doch einiges klar! Hoffe ich zumindest, dass das was klar macht! So, weg mit dir! Ich muss an Chaos ran! Nicht an euch! Chaos! Jetzt kommt Wasser! Okay! Die Haife schießt! Ach, Chaos! Verschwinde nicht dauernd! Ohohoa! Cool! Chaos! Komm her! Jetzt kommt er hier! Feuer! Oh, ja, das... Oh, ja, das... Scheiße! In hier! WTF! Oh, ich hasse es! Nicht wieder du! Okay, danke schön! Meine Fresse! So, komm her! Komm her! Komm her! Scheiße! Chaos! Komm wieder runter! Du Feigling! Bitte! Okay! Okay, er ist nochmal dran! Super! Das ist ja noch einfach! Aua! Du... Arsch... Geweih! Ich hätte gern wieder was zu essen! Bitte! So ein Stück Käse oder Kuchen, das ist... Oder ein Muffin von mir aus auch! So, er wieder! Ich sollte auch nicht zu nah da dran stehen, glaube ich! Genau! Wie Chaos fast nichts verliert an Leben! Oder gehe ich die Sache hier ein bisschen falsch an? Hello! Oh nein! Nicht du! Oh nein! Ich habe das Gefühl, der Kampf kann ziemlich lange dauern. Was für Brawler denn jetzt bitte? Achso! Oh Gott! Was macht ihr nur mit mir? Aber Bash ist ja zum Glück ziemlich stark. Der kriegt das hin. Ja! Ja! Wie geht's weiter? Chaos! Oh! Kriegen wir hin! Das kriegen wir hin! Mhm! Mhm! Ihr Idioten! Mir steht eure Inkompetenz bis hier! Nein! Eigentlich doch höher! Bis hier! Außerdem habe ich noch drei Schergen, die dieses Privileg viel mehr verdienen! Mhm! Alter! Ah! Alter! Alter! Oh mein Gott! Was macht ihr nur? Stufenaufstieg! Scheiße! Das könnte nicht so gut enden! Ah, wir kriegen das schon hin! Wir kriegen das hin! Wir kriegen das hin! Wir kriegen das hin! Ich glaube fest daran! Ich glaube fest daran! Ja! Hör auf! Lass mich! So, erledigt! Jetzt kommt er! Das ist echt nicht... Das ist... Kein Zuckerschlecken, würde ich sagen! Aber dafür hatte ich jetzt einen Stufenaufstieg! Das ist auch natürlich sehr schön! Super! Ja, und jetzt werdet ihr ins Jenseits geschickt! Ihr müsst doch nur einen mickrigen Lehrling besiegen! Mich wirst du nicht so schnell los! Ich habe noch drei Schergen! Die sollten das schaffen! Mich wirst du nicht so schnell los! Ah, der Phönix! Aber ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht mit so einem Kampf! Na? Nein, 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 nein dann wohl auch mit Bash, leider. Einer der stärksten von uns. Trigger Happy. Er ist schon tot, er kann nicht sterben. Das rede ich mir jetzt ein. WTF! Verdammt! Scheiße! Das ist der Kampf des Jahrhunderts. Und wir haben nicht mehr viele Skylander. Drücken, 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 drücken. Ah, okay, der ist schon mal besiegt. Nein, 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 nein. Du machst mich nicht alle. Gib mir lieber den Schinken. So. Ha! Alles klar. Die sind jetzt auch des Todes, würde ich mal sagen. Wie kann es sein, dass alle unfähigen, unfähigen, bösen Schergen für mich arbeiten? Wie? Egal. Selbst wenn meine nächsten drei Schergen unfähig und inkompetent sind, sind sie immerhin unfähig und inkompetent mit großer Reichweite. Ach, und sie werden für deine Niederlage sorgen. Große Reichweite ist nicht schön. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Da glaube ich fest dran. So, ich präge euch. 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 Ich präge euch alle. Lalalalalala. Okay. Oh, jetzt kommt er auch noch. Nicht er. Alle. Nur nicht er. Bitte noch was zu essen. Ja, 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 ja. Herrlich. Dankeschön. Ich brauche nur meinen High Dragon, um dich zu besiegen. Narr. Und meinen super starken, ultra destruktiven, allmächtigen, mechanischen Anzug. Hahaha. Ja. Das verstehe ich nicht. Weißt du nicht, wer ich bin? Hast du noch nicht gehört, dass es keine gute Idee ist, dich mit Chaos anzulegen? Hm. Wenigstens kriege ich jetzt all die Erfahrungspunkte. Ach, jetzt ist doch aber langsamer gut. Hydra. Nein. Nein. Na, oh Gott. Es sind schon vier Skylander jetzt draufgegangen, Leute. Und es waren schon unsere Stärksten. Alter, fahr weiter. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Ich hasse diese Scheiße. Das ist so fies. Das ist so fies. Ja, ich versuch's. Ich baller einfach mal wild rum. Fuh, 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 fuh. Wir müssen es schaffen. Lalalala. Ich baller einfach mal wie eine Bekloppte. Dankeschön. Nein, 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 nein. Nein. Böse. Ich meine, eine Macht auf einmal ist okay, aber nicht so viele. Okay, das ist nochmal gut ausgegangen. Jetzt kommt Chaos wieder. Na, ja, okay. Fische ist gut. Haie sind gut. Los. Ach, Mist. Nee, so klappt das nicht so ganz. Huh. Das will heute nicht so wirklich. Ah. WTF. Ich sag es immer wieder. So, jetzt aber. Ha. Doch nicht in die falsche Richtung. Nein, da kommt Erde raus. Oh Gott, das ist nicht schön. Nein, 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 nein. Hilfe. Oh, Heilung. Need Heilung. Wieso hält der mich nicht? Das ist zwar böse. Oh Gott. Der hat nur noch wenig Energie. Chaos, komm wieder runter. Will ihn in die Fresse hauen. Oh, wer hier wieder alles auf einmal kommt. Puh. Heilige Scheiße. Uhu. Wir schlagen uns aber nicht schlecht. Shit. Hehehehe. Töööööö. Tööööö. Tööööö. Shit. Shit, 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 shit. Robot, rette uns. Oh Gott. Das ist nicht wahr, was hier passiert. Oh oh. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich krieg hier einen am Appel. So. Lalalalalala, lalalalalalala. Nein, 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 nein. Okay, jetzt weiß ich wenigstens ungefähr, wo diese Erdmagie herkommt. Sag ich mal. Ich hätte nicht gedacht, dass der Kampf so lange dauert. Echt nicht. Mi, 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 mi. Komm, wir müssen es schaffen, wir müssen es schaffen, wir müssen es schaffen, wir müssen, 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 müssen. So. Nein, 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 nein. Nein. Oh, hab ich mir wieder eine wunderbare Ecke ausgesucht. Oh oh. Hm, aha, aha. Okay. So. Nein. Verdammt. So, da kommen die wieder. Oh oh. Oh oh oh. Das habe ich nicht gesehen. Scheiße. Ah! Ich muss vorsichtiger sein. Vielen Dank.